hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge von let's play the legend of zelda a link between worlds oder mache ich mal schnell ja ich bin ja hier falsch das ja praktisch dann gehe ich mal wieder zurück und versuche mein glück im nächsten raum vermutlich ich hätte noch einen schlüssel ich könnte jetzt hier aufschließen und aus irgendeinem grund kann ich da oben hin was ist denn da ich würde da gerne mal hingehen einfach weil ich curious bin also da ist ja gar nichts das ist ja toll ey you kidding me das ist halt echt nichts du kannst mir mal gar nichts verdammt okay dann machen wir als nächstes wohl diesen hier und rüsten in weiser voraussicht schon mal die bomben aus ich weiß auch nicht warum und warum denn du eh hallo ja ich habe vollgeschlagen ich habe die taste gedrückt eh nee kann man hier sonst noch so viel gegner oh du kannst mir gar nichts was ist mein ziel ich frage für einen freund keine ahnung eine bombe auch du scheiße also ich kann hier das ding aktivieren ja warte das bringt mir ach so ja natürlich muss die bombe nutzen kann dann hier schnell durchhuschen ja okay von mir aus das ist bisher noch schaffbar ja oder ich mache den hier nerv mich nicht so okay scheiße okay ein stockwerk weiter oben diese bombe da sollen wir uns loben wait what ähm möchte ich die jetzt werfen holo what hä what you kidding me ich muss jetzt diese bombe so weit werfen boah das wird ja voll schwer ey boah das wird ja ultra scheiße ey ui aber prinzipiell geht es schon ich hoffe das hier war die richtige seite ach so hier darf ich nie lang ja nee ist klar ne meine freunde ne oh ja ne ne also ich oh nein aah das war zu knapp hilft ja nix alles gut die will ich haben ist ja klar ist zwar nur geld und ich kann es nicht nutzen aber ist ja egal jetzt habe ich nur trotzdem das problem egal was ich tue so jetzt habe ich den nicht aktiv und habe das problem ich komme hier gar nicht weiter wait wie komme ich hier weiter lol äh jolo ich glaube ich muss hier drüber oder ja natürlich du kannst mich mal lass mich in Ruhe danke boah da haben sie mich jetzt fast verarscht aber ist mir egal weil ich bring ihn um ok also hier geht es überall nicht weiter wahrscheinlich kann man hier was drüber werfen wetten alles andere wäre totale verarsche dann müsste ich hier in der mitte drüber werfen dann käme ich hier drüber ja ist ja klar lol lol komm passt abkürzung geschaffen oder sowas in der art keine ahnung was hilft mir das jetzt oh wait achso ja jetzt kann ich da hoch und komm hier rein und kann mir die dinger hier dann so individuell stellen wie ich sie haben will jetzt kann ich mir den hier machen wait die helfe von diesen dungeon irgendwie komplett optional oh no ach du scheiße das sieht mir schwer aus ja du bist ja kein problem zumindest du bist easy ah das erklärt auch warum ich hier jetzt weil dann kann ich nicht hier schön den hier machen und äh kann dann hier schön den hier machen kriege ich diese bombe irgendwie halbwegs easy dahin komm mal mit bitte ok cool danke ich will eigentlich nur ein oh 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 so wir müssen jetzt hier durch komm dann bis hier hin schön weg bleiben bombe ok oh ja da war ja was komm mit bombe huiuiui nein du blödes kackding das haben die genau deshalb da drin oh nö boah diese penner diese unfassbaren penner ich wittere den betrug meines lebens das ist ja das ist ja nicht wahr ey oh nö ey ja komm mit ich krieg das hin ich will dieses komm mit brav gemacht weiter so will ich das hier nicht irgendwie kaputt machen oder so ja lol der kann da sogar drüber schießen wie ist denn das oh der ist dagegen gefeilt nice jetzt schnell 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 alles gut oh ich hab sogar überlebt alles gut den brauchen wir garantiert Schlüssel oder ja lol haha ist halt echt einer boah wenn du den nicht hast hast du ja echt verkackt ey das sollte das aber glaube ich gewesen sein hier kann das sein ich wüsste jetzt nicht wo noch was sein soll ja das war ja der Eingang da kam er ja her puh ist ganz schön anstrengend da muss man ja echt noch denken so ein scheiß ey noch kein normaler mensch freiwillig komm ich eigentlich das war der Eingang da ist nix mehr ok ich geh jetzt mal den Raum nochmal schnell im Geiste durch und damit meine ich mit Link äh da ist nix mehr ja dann gehen wir wieder dann gehen wir natürlich den offiziellen Weg weil es muss sich ja lohnen ist ja absolut klar gell der offizielle Weg geht auch mit Abkürzung bitte so ähm na na so braver Link weiter so jetzt sind wir im Endeffekt hier können einfach den Weg hier gehen easy so gg easy weiter gehts wir kommen ein Stockwerk tiefer und das müsste jetzt wieder ein Kampf sein ja why warum 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 one warum 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 nur ich weiß ich krieg dich easy tot was was Ja, lol, genau. Du aktivierst meine Bombe hier. Lol. Fuck. Nein, du blödes Kackviech, ey. Okay, vielleicht ist das sehr ineffizient. Hm, wie weit ist denn der Raum? Sieht man das hier? Ne, sieht man nicht. Hahaha, du kannst mir gar nichts, du Troll. Bam. Easy. Easy, nicht mal mehr Schaden genommen. Außer den, den einen kleinen Schaden, den er einfach mit Cheating gemacht hat, weil so groß wie der, wie hier ist er eh nicht. Dieser Loser. Aber, ist kein Ding, kann ich wieder auffüllen. Nämlich hier, hab ich schon gesehen. So, irgendein Secret. Nö, nur noch zwei weitere Secret-Herzen. Tja, dann gehen wir mal wieder zurück. Kommen wir wieder zum Anfang, haben die Bomben geschafft. Als ob du da stehst, ey. Du spawnst doch nie da, du blödes Kackviech, ey. Oh Mann. Betrug. Das zeigt, das zeige ich an, ey. Von dir weiß ich genau, was du vorhast. Lass mich in Ruhe, ich will nur dich hatzen. Ist mir egal, tschüss. Ich hab nur das, ich hab nur den Betrug wieder ausgehebelt. Und dann gehen wir mal hier hoch. Ich hab ins nächste Stockwerk, wir haben noch zwei Türen zu öffnen. Was brauchen wir hier, die Lampe? Ja, alles klar, die Lampe. Ah, Schatztruhe, ne. Ah, endlich. Haben wir schon was vergessen? Ja, okay, da kommen wir, glaube ich, noch nicht hin. Da brauchen wir einen Enterhaken. Ja, okay, das ist... Das ist schon verständlich. Boah, keine Ahnung. Die Frage ist, ah ja, natürlich. Natürlich. Wait. Das Ding ist ja wieder höher. Ja lol. Wie soll ich das runterkriegen? Muss ich ja wieder von weiter oben noch runterspringen, oder was? Ja, aber da oben ist nix mehr. Ich muss von hier aus da hinkommen. Ich geh da noch mal rüber, aber... Hä? Also Sinn ergibt das jetzt irgendwie keinen? Also, ich komm hier auch nicht weiter. Moment, das sah jetzt nach gleicher Höhe aus. Ja, komm. Ja, das ist gleiche Höhe. Das sieht nur nicht so aus. Das hier sieht mir auf jeden Fall nach der Schatztruhe des Dungeons aus. Da muss ich hin. Ob ich will oder nicht. Aber hier darf ich nicht weiter. Das ist leider auch so ein Fakt, den ich nicht ändern kann. Ich kann nicht springen in dem Spiel, ne? Ich hab keine... Ne, ich hab keine Möglichkeit zu springen. Ähm... Ne, mir fällt jetzt nicht an, wie ich da hinkomme. Vielleicht ergibt sich das noch ganz automatisch. Mach mal auf, bitte. Danke. Ey, easy 1A. Beste Boy. Da kriegen wir zwei Schätze. Also mach das zuerst. Nein. Haha, Loser. Oh, nö. Warum? Och, nö. Kackviech. Ernsthaft. Weg. So. Ich hoffe es kommt keins mehr. Eieieiei. 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 Es sieht jetzt schon ein bisschen gefährlich aus. Eieieiei. 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 Folge. Falls euch die hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen, ebenso über ein Abo, falls ihr mir weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wie gesagt, bis dahin. Servus!